Zu ein Vorname? Schumann, Evelyn. Sind Sie allein gekommen? Nein, mit meinem Lebensgefährten. Adam! Der Film Adam und Evelyn von Andreas Goldstein ist eine Männer- und Frauengeschichte, wie es einmal heißt, in der im Hintergrund allerdings die Weltgeschichte rumort. Denn das, worum es tatsächlich geht, ist die Wende. Der Wunsch, die DDR zu verlassen, besteht seit wann? Schon immer. Ich wollte weg. Äh, nicht? Ist nicht egal, wo man lebt. Ein Film, den ich wirklich in höchsten Tönen, würde ich fast sagen, empfehlen möchte. Das Kinojahr beginnt in Deutschland mit einem Höhepunkt. Kannst du mich mitnehmen? Ich habe aber kein Wieso. Er hat sie unterwegs aufgegabelt und rübergeschleust. Und unsere Schildkröte auch. Die Reise, von der Adam und Evelyn erzählt, verläuft allerdings ganz langsam. Das ist im Grunde auch schon eine wesentliche Pointe des Films, der ein ganz eigenes Tempo anschlägt und der sich die Zeit nimmt, Themen zu verhandeln, die eigentlich noch einmal uns zurückführen zu der Frage, was das denn damals war, dieses geteilte Deutschland, welche Ideen von Staatlichkeit, von Gesellschaftlichkeit diese beiden Systeme hatten und vor allem vielleicht sogar, was das war, die DDR. Ich glaube, ich kenne mit jedem zurecht, der halbwegs nett ist. Warum ausgerechnet? Eine große Sanftheit durchzieht den Film. Eine verhaltene Komik ist wahrzunehmen. Die Figuren sind zurückhaltend. Es wird nichts groß ausgespielt, aber es geht tatsächlich um sehr entscheidende Dinge. Was willst du euch im Westen? Und in dieser eigenwilligen Perspektive vom Rande her, von einem Umweg her auf die Weltgeschichte eines großen Jahres liegt im Grunde dann die wesentliche Pointe von Adam und Evelyn. Frauengeschichte, sonst nichts.